Was würdest du tun, wenn du am Altar stehst? Deine Angebetete steht neben dir. Ihr wollt jetzt den Bund der Ehe eingehen. Alle deine Freunde sind versammelt. Alle warten darauf, dass ihr euch das Ja-Wort gebt und der Standesbeamte kommt einfach nicht. Wie würdest du dich fühlen und was würdest du dann tun? Wie würdest du reagieren? Das sage ich dir gleich, was ich getan habe in diesem Moment. In diesem Schockmoment, wie ich damit umgegangen bin und wie ich aus den zehn Jahren Beziehungen, die zu dieser Ehe geführt haben, Lektionen mitgenommen habe, die du unbedingt mitnehmen solltest. Die allerletzte ist eine der wichtigsten. Also diese sieben Lektionen bitte unbedingt für dich integrieren, wenn du eine gesunde Beziehung anschaffen möchtest. Herzlich Willkommen im Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday. Mit dabei Dominik van Avel, unser Experte für Selbstbewusstsein. Wir sind heute einmal im selben Studio. Dazu gleich mehr. Wir haben sogar noch eine Kamera. Sehr cool. Das wirst du gleich noch viel mehr erfahren, was wir alles im Petto haben. Also herzlich Willkommen beim Freundin für den Podcast. Sprechen wir den Elefanten im Raum erstmal an. Wir widerlegen hier all die Gerüchte, dass wir dieselbe Person sind, denn wir sind in einem Raum. Du siehst, Dominik ist ein eigenständiger Mensch. Ich auch. Und ja, wie schon im Intro erwähnt, ich habe geheiratet. Das war jetzt letztes Wochenende. Und das war eine Mordsparty. Das war mega, mega geil. Deswegen ist Dominik auch hier zu mich zu Besuch, um mich zu besuchen, um bei der Hochzeit dabei gewesen zu sein. Und wir wollen dir gleich erzählen, was dort schiefgegangen ist. Denn da würdest du wahrscheinlich anders reagieren, als ich es vielleicht gemacht habe. Und das wird eine interessante Erkenntnis werden. Denn ich hätte wahrscheinlich früher auch komplett anders reagiert. Aber bevor wir darüber reden, ein kurzes Recap, weil da sind noch ganz viele andere Sachen passiert. Und für mich war eigentlich das Schönste tatsächlich etwas, was gegen Ende passiert ist. Wir haben griechische Tänzer engagiert und die haben alle Leute animiert aufzustehen und in so einer riesen Schlange zu tanzen. Und dann so Brücken zu bauen, wo die Leute, also mit den Händen, wo Leute dann drunter gelaufen sind. Und dann zum Schluss sind wir so Arm in Arm, also meine Partnerin und ich, meine Frau und ich, so und nach hinten gelehnt. Und dann wie so ein Karussell gesponnen, mitten im, wo alle waren. Das haben ganz viele gemacht. Und es war wie im Film. Also es war meine Perspektive, wirklich sie anzuschauen im Brautkleid. Und wir drehen uns und drehen uns und drehen uns. Alles um uns herum verschwimmt. Da ist jetzt echt eine Erinnerung, die ich niemals vergessen werde. Dieser Moment, wo wir uns so gedreht haben. Echt wie im Film. Mega geil. Ja, also das war ja einfach so. Also was ich krass fand war, dass ihr einfach, wie viele waren das? Menschen aus 24 Nationen, Menschen aus 24 Nationen, da hattet aus 13 Ländern. Und das war einfach so ein bunter Haufen von den verschiedensten Menschen, die auch verschiedenst gekleidet waren. Also nach ihrer Tradition, wie Hochzeiten gefeiert werden, hatten sie dann entsprechend, waren da gekleidet. Und das war einfach faszinierend. Also deine Schwester ist aus den USA gekommen. Dann, was war noch? Singapur war dabei. Singapur, Malaysia. Jaki, die Studienfreunde. Also das war geil. Das war einfach ein bunter Haufen, wilder Haufen. Und das war cool, da so viele Leute kennenzulernen. Und auch generell die, also die Location war geil, aber auch ganz besonders, was mich ganz besonders beeindruckt hat, und das ist so langsam vielleicht auch schon der Segway zu dem, was so passiert ist, die Überleitung zu dem, was passiert ist, ist, es war so authentisch einfach. Da war nichts geskriptet, da war nichts irgendwie so, also keine Standard, es war keine Standard-Hochze, also kam halt alles wirklich vom Herzen und in dem Moment. Und das ist dann auch bei der Trauung dann ein Moment gewesen, bei dem ich ganz große Augen gemacht habe, wo ich gedacht habe, so boah, dieser Moment, ich glaube, andere hätten den nicht so smooth überlebt wie du oder wie ihr beide vielmehr. Und gerade, weil das ja so ein Kernelement da ist. Und ich glaube, gerade wenn andere Personen diesen Moment erlebt hätten auf ihrer Hochzeit, dann wäre Land unter gewesen. Ja, aber das ist halt die Sache. Wir haben uns schon, bevor wir an dem Tag überhaupt hingefahren sind, haben wir ein paar Tage vorher schon entschieden und gesagt, es wird definitiv irgendwas schief gehen. Also ein paar Optionen, was schief gehen könnte. Der Standesbeamte könnte nicht kommen, er spielt doch den falschen Song ab bei unserem ersten Tanz. Das Essen ist total grottig, der DJ macht eine schreckliche Arbeit, irgendwas wird definitiv schief gehen. Und deswegen lassen wir uns davon ausgehen, dass mindestens eine Sache schief gehen wird. Und eine Regel, die wir uns gegenseitig versprochen haben, ist, wenn was schief geht, lächeln. Das war ein Versprechen, gegenseitig. Und ja, und dann kam der Standesbeamte nicht und wir standen da vorne und alle Leute haben natürlich darauf gewartet. Und unser Freund Peschmann, den ihr ja auch noch von früheren Videos kennt oder weil er ja ebenfalls bei uns im Team lange Jahre ebenfalls dabei war und jetzt seinen eigenen Weg geht. Aber er ist natürlich immer noch einer meiner wichtigen Freunde und der war da und hat für uns natürlich diese Zeremonie geleitet, aber eben nicht als Standesbeamter, sondern als Bindeglied. Und ja, dann kam der Standesbeamte nicht an dem Punkt, wo eigentlich wir uns wirklich auch schriftlich dann das Ja-Wort geben sollten. Und dann habe ich natürlich das Mikro in dem Moment in der Hand gehabt und habe alle Leute angeguckt und gesagt, okay, Standesbeamte kommt nicht, das ist Zypern, Plan B. Und dann machen wir halt weiter. Und dann kamen die Ringe und dann hat Peschmann weiter improvisiert und wir haben die Ringe ausgetauscht und erster Kuss und ja. Ich glaube, genau, er hat einen Satz improvisiert. Möchtest du, möchtest du Andi Jacqueline zu deiner Frau nehmen? Ja gesagt und bei ihr genauso. Ja, das war wahrscheinlich improvisiert. Aber ansonsten, ja, passt. Und dann war alles weiter im Programm gemacht. Aber es ist noch was schief gegangen. Die Musik ist tatsächlich nicht richtig abgespielt worden, weil wir haben so viel geübt, jeden Tag, also über eine Woche vor der Hochzeit, jeden Tag bis nachts, bis um 1.30 Uhr nachts, oft 8 Uhr aufgestanden, bis um 1.30 Uhr nachts gearbeitet, also für die Hochzeitsachen vorbereitet. Und gerade zum Schluss am Abend haben wir immer unseren Hochzeitstanz einstudiert. Und wir hatten den echt drauf. Also das war einstudiert. Und ich habe dafür aber eine kürzere Version von einem Song genommen. Also ich habe den Originalsong selber ein bisschen gekürzt, dass er nicht vier Minuten lang ist, sondern zwei Minuten dreißig. Hier und da Sachen rausgeschnitten. Und ich habe diesen Song dem DJ geschickt und gesagt, hier bitte diese Version abspielen. Das ist eine andere Version. Und dann kurz bevor der Song abgespielt werden sollte, bin ich nochmal zu ihm hoch und habe gesagt, du nimmst die Version, die ich dir geschickt habe, gell? Und er hat gesagt, yes, 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 what did you send me? Ne, ne. Also ne heißt ja auf Griechisch. Und dann, okay, sehr gut. Sind wir runter. Er hat den Song angefangen abzuspielen und mitten im Tanz, mitten in der Choreografie merken wir, ne, stimmt was nicht. Haben wir uns vertanzt oder was? Ne, das ist irgendwie länger. Und dann haben wir weiter und weiter und weiter und dann hat sie mich angeguckt und wir haben gemerkt, so, das ist der falsche Song. Er hat den Originalsong abgespielt, nicht die Version. Oh Mann. Okay, improvisiert. Dann einfach unser eigenes Ding noch weitergemacht und auf einmal faded der aus. Der DJ hat einfach dann den Song so ausgefaded. Okay, alles klar, dann ist wohl jetzt das Finale. Okay, komm her, Finale. Boom. Und das auch einfach improvisiert. Es ist natürlich ein bisschen schade. Wir haben uns sehr darauf gefreut und sehr darauf hingearbeitet. Aber weißt du, was noch geiler ist, als dass wir dort den richtigen Song hatten, ist, dass die ganzen Proben, die wir zusammen hatten, wo wir den Song getanzt haben, die haben so viel Spaß gemacht. Ich habe wieder echt Bock bekommen, auf Salsa Bacata mit Jackie zusammen zu tanzen. Das ist einfach, das macht richtig Spaß. Es hat halt, als wir damit aufgehört haben, vor einer Weile, weil wir so viele Sachen gleichzeitig gemacht haben und gesagt haben, okay, wir können nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Jetzt lassen wir erstmal das Tanzen sein für eine Weile. Das haben wir sein lassen, weil wir nicht genügend Zeit dafür gefunden haben. Man muss da echt auch privat einfach üben, üben, üben. Das haben wir jetzt gemerkt. Aber wenn du übst, es macht so viel Spaß. Es ist so geil. Ja. Genau. So, die Sachen sind schief gegangen. Natürlich, ein paar Menschen konnten auch nicht kommen. Die kommen wollten. Aber ich meine, insgesamt waren da fast alle da. Wirklich fast alle, die wir eingeladen haben. Fast alle wichtigen Menschen waren da. Sehr, sehr schön. Also, ich bin auch immer am Defragmentieren in meinem Kopf, was alles passiert ist und war natürlich auch vor Ort sehr viel am Organisieren. Okay, passt alles, sind alle Gäste glücklich. Aber ja, wir haben noch im Haus die ganzen Geschenke. Wir haben noch so viele Sachen nicht geöffnet und 90 Prozent der Sachen noch nicht geöffnet und noch nicht aufgeräumt. Jackie ist jetzt gerade zu Hause und räumt ein bisschen auf, während wir hier die Podcast voll machen. Hoffentlich. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum erzielen wir dir das unter anderem? Denn gerade dieses, es gehen Dinge schief und was du gerade gesagt hast mit dem, wir versprechen uns einfach, wir lächeln. Das heißt, wir konzentrieren uns auf was Positives. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir zusammen sind, dass wir das gerade hier machen. Wir lassen von den negativen Gedanken los, also dass uns das irgendwie beeinflussen könnte, sondern, ja, lassen los, gehen auf die Reise, lassen die Dinge einfach passieren. Und gerade dieses, also diesen Zwang sich zu machen, also das ist das, was halt so übertragbar ist auf viele, viele andere Situationen im Leben. Wir machen uns so den Druck, den Stress, die Dinge müssen genauso passieren, wie wir uns das vorstellen. Und gerade bei einer Hochzeit, das ist ja so das, wie sagt man, das Bildliche oder so. Gerade auf einer Hochzeit muss es ja unbedingt alles perfekt passieren, weil das ist ja der Tag und so weiter. Und gerade dann bei so einem Moment die Fähigkeit zu haben, ah ja, passt. Wenn wir das da schaffen, dann schaffen wir das ja auch überall anders im Leben, aber auch andersrum. Wenn wir das überall anders im Leben propagieren, praktizieren und dann, also dann sind wir vorbereitet auf diese Situation. Und gerade dieses Loslassen, gerade dieses Nicht-Identifizieren mit dem, das ist jetzt eine schlimme Situation, es geht jetzt alles gegen den Plan. Das ist etwas, das ist eine Fähigkeit. Wenn wir die entwickeln, die kultivieren, dann hilft uns das unter anderem natürlich auch dabei, wie sagt man hier, Rejection, Ablehnung, genau, Ablehnung besser zu vertragen. Oder auch entsprechend so irgendwie, dem einen oder anderen Mann passiert das, sie treffen sich auf einem, oder verabreden sich auf ein Date und dann kommt sie nicht. Und dann sind sie am Boden zerstört, statt einfach, ah ja gut, dann habe ich jetzt Zeit. Und gerade diese Fähigkeit zu haben, da mit dem Strom zu gehen, sich vom Leben einfach mitreißen zu lassen, statt starr zu sein, so muss das jetzt sein, sodass es, das ist so. Starr zu sein und das Ganze noch negativer sich anfühlen zu lassen, als es sich eigentlich anfühlen braucht. Und das haben super viele Teilnehmer von uns ja schon erzählt, wie sie, ja, wie die Frau dann einfach nicht aufs Date gekommen ist. Und so wie der Lukas, der hat ja dann eine legendäre Aktion gemacht, wo er dann einfach zack direkt sich umgedreht hat, lauter Frauen angesprochen hat und dann innerhalb von zehn Minuten hat er ein anderes Date, ein spontanes Date mit einer Frau, die er dort angesprochen hat und war einfach ganz offen damit, hat gesagt, ja, mein Date ist nicht erschienen, ich bin jetzt trotzdem hier, was machst du denn gerade? Und dann, ach krass, das ist ja witzig. Und dann bist du so locker drauf, eben weil er so locker drauf war, hat das natürlich einen noch krasseren Effekt gehabt, weil die meisten Menschen nicht so locker wären und das war beeindruckend für diese Frau. Und dann hatten sie dort ein spontanes Date und er ist nicht der Einzige, das ist schon öfters passiert bei unseren Teilnehmern. Und diese Flexibilität, etwas also aus Scheiße Gold zu machen, die ist ein Muskel, genauso wie du auch den Muskel des Flirtens grundsätzlich üben, betätigen brauchst. Weil es wird, Sachen werden schief gehen. Ich bin ja ein großer Fan von der Waking-Up-App von Sam Harris, das ist eine Meditations-App und er erzählt dort eine sehr geile Sache da drin, eine Analogie. Er sagt, du kannst doch nicht wirklich erwarten, dass das Leben wie ein extrem langweiliges Computerspiel abläuft. Dass du aufstehst und dann kommt eine kleine Aufgabe, die du sofort bewältigst und dann musst du über irgendeine Hürde drüber springen, gar kein Problem, springst da drüber, kommt die nächste Hürde, springst da drüber, gar kein Problem. Und alle Sachen, die passieren, damit hast du null Probleme, alles fließt einfach nur vor sich hin und du hast gar keine Herausforderungen und das geht dein ganzes Leben lang so gut. Das ist unrealistisch, das wird nicht so sein. Richtig und den Anspruch einfach zu haben an sich, zu erwarten, dass etwas schief gehen wird und wenn was schief geht, dann sich selber das Versprechen zu geben, dann lache ich oder dann lächle ich, damit gleitest du durchs Leben. Weil es werden Sachen schief gehen, es werden Dinge kaputt gehen, du wirst Ablehnung erfahren, es wird irgendwann eine richtig große Phase der Trauer geben, in der Liebe, aber auch aufgrund von was du Menschen verlierst, die dir wichtig sind. Und wie wir dann damit umgehen, das zeigt sich eben schon im Alltag, wenn die kleinsten Sachen schief gehen, wenn die kleinste Sache schief geht, wenn dein Arbeitskollege dir irgendwas an den Kopf knallt oder dich vor anderen, vor versammelter Mannschaft oder so als Brillenschlange, sagen wir mal, oder Vierauge beleidigt, nimmst du das dann als Beleidigung auf? Oh Mann, das ist jetzt auch noch schief gegangen. Oder schwimmst du mit dem Strom, nimmst diese Aussage von ihm erstmal einfach an, weil das die erste Regel, wenn was schief geht, ist einfach annehmen. Annehmen, was passiert ist. Die Ja-und-Regel ist genauso wie beim Flirten. Nimm erstmal einfach an, was passiert ist und dann verwandel es in etwas Witziges. Das kannst du machen, indem du diese Aussage verdoppelst, größer machst. Also wenn er dich zum Beispiel Vierauge nennt, dann sagst du, ja, ich habe nicht nur zwei schöne Augen, die du angucken kannst, sogar vier schöne Augen, die du angucken kannst. Ist ein bisschen neidisch, was? Und er wird dann nicht wissen, was er sagen soll, weil du hast damit, ja, du warst locker, du warst gut drauf. Und die Menschen, die das mitkriegen, die außen rumstehen, die sehen dich wirklich in einem komplett anderen Licht, wenn das passiert. Also, dass du jetzt dem Bully da die Meinung geigst, ja, dann könnten die anderen sehen, okay, er kann Grenzen aufzeigen, aber wenn du das Ganze halt verwandelst und du zeigst, dass du Scham hast, dann, ja, dann denken Leute noch viel mehr von dir, viel höher von dir. Genau, und das ist ja auch dann, also genau diese Alchemie, diese Scheiße in Gold verwandeln im Prinzip oder Blei in Gold zu verwandeln. Die Alchemie dahinter ist ja genau das. In einer anderen Situation jetzt zum Beispiel, in der Hochzeitssituation. Oh nein, der kommt nicht, da ist der Druck und anstatt halt den Druck mit Gegendruck zu reagieren und zu sagen, ja, Mist, jetzt kommt der nicht, jetzt müssen wir irgendwie uns darum kümmern, dass der jetzt noch kommt und jetzt müssen wir trotzdem irgendwie die Fassade bewahren, das Gesicht bewahren vor unseren Gästen, dass alles gut ist und so weiter. Das ist halt ganz viel Druck, also das ist der Gegendruck da drin, aber davon wird die Situation dann nicht besser. Statt einfach genau die Situation zu nehmen und sie spielerisch einfach in was anderes zu verwandeln. Und einfach, ja, passt, ist doch witzig, ist doch Zypern. So ist das halt hier. Dann ist das jetzt so. Das ist ja genau die Magie dahinter. Und damit geht es halt allem besser. Während stattdessen wir irgendwie jetzt bei der Brillenschlange zum Beispiel oder bei dem Vierauge oder was jetzt auch gerade das Beispiel war, so du könntest sagen, ja, ach, selber blöd oder was auch immer dann so eine Antwort ist. Oder meistens ist es ja eher so, dass uns dann so eine Antwort, also wir sind so gestresst und dann fällt uns da nichts ein als irgendwie ja selber blöd oder so. Und dann, wenn sich die Situation beruhigt hat, wir zu Hause sind, im Pausenraum, was auch immer und durchatmen, dann so, ja, das nächste Mal, wenn der kommt, dann werde ich ihm das sagen. Nee, wirst du halt nicht. Das ist dann der Moment, wo dann viele dann auf Amazon gehen und suchen nach Schlagfertigkeitsbüchern, wovon ich ja nicht so ein großer Freund bin, weil das einfach nur Symptombehandlung ist. Statt halt einfach genau das Problem zu behandeln, was wir jetzt auch gerade hier besprochen haben. Statt die Person zu sein, die sich halt nicht davon attackieren lassen kann. Du bist halt nicht angreifbar. Ja, also diese Alchemie dahinter ist halt genau diese geistige Flexibilität. Es ist so wichtig, weil dieses Gesicht bewahren wollen, so irgendwie eine Fassade bewahren wollen, irgendwie seinen Status bewahren, was sind noch andere Ausdrücke dafür? Ansehen. Respekt. Ja, das gehört sich nicht, man hat mich zu respektieren, ich habe einen Ruf zu verlieren und so weiter. Es ist halt alles Ego. Und damit, also, wenn ich mich zurück erinnere, wo ich diese Sicht darauf hatte, also ganz besonders halt zu Beginn meiner Reise als auf der anderen Seite der Spektrum, als schüchterner Junge, was ja auch, dann willst du ja auch dein Gesicht bewahren damit und so weiter. Da haben wir in einer anderen Folge auch nochmal tiefer beleuchtet, genau das Thema. Was da passiert ist, ist dann halt oft so für mich so eine, ich habe diesen Druck gespürt als innere Wut, als Hitze, die sich halt irgendwo bei mir so im Magen vergraben hat. Und ich musste das dann einfach immer runterschlucken, meinen eigentlichen Wunsch, meinen Ausdruck und so weiter. Und was dadurch halt einfach passiert ist, ist halt so, ich habe halt Druck von außen gespürt und habe ihn halt runtergeschluckt, statt halt den Druck zu verwandeln in etwas Konstruktives. Die andere Seite des Spektrums macht das ja dann zum Beispiel so, dass sie halt den Druck aussprechen muss und aggressiv sein muss, um da einfach dann zu, irgendwie ein Equilibrium, eine Balance in der Welt zu schaffen oder sowas. Aber das ist halt auch nicht, auch nicht wörterlich, weil wenn wir halt die negativen Gefühle runterschlucken, machen sie etwas in uns, so sie sind halt da und die Energie ist da und richtet Schaden an. Wenn wir das ausdrücken, geben wir dem Ganzen der Energie halt noch mehr Energie. Wir konzentrieren uns da drauf. So, sie ist halt da. Auf der einen Seite ignorieren wir das. Ignorieren ist das Bewusste, nicht beachten. Das heißt, also ignorieren ist beachten. So paradox das auch klingt. Und wenn wir das ignorieren, runterschlucken, dann geben wir dem Ganzen Energie. Wenn wir das ausdrücken, geben wir dem Ganzen auch Energie. Das heißt, die Lösung kann halt nicht Suppression oder Expression sein. Die Lösung muss halt sein, das Ganze zu transzendieren, zu verwandeln. In etwas Besseres. In etwas, was für alle gut ist. Und das ist halt dann genau das, das mentale Kung-Fu, wenn du so willst. Ja, man stellt sich das so vor wie Kung-Fu. Ich muss in jeder Situation, muss ich das Richtige machen und den Griff können und dann, oh, dann muss ich das aushebeln. Und was ist, wenn sie mir einen Shit-Test gibt im Flirt oder dies sagt, das sagt, er das sagt. Der Anspruch an Schlagfertigkeit oder mentalem Kung-Fu, die Betrachtungsweise ist einfach verkehrt. Ja, Pelschmann hat mir da eine schöne Analogie auch vor kurzem gegeben. Er hat gesagt, was ist das männlichste Tier, das du dir vorstellen kannst? Kannst du jetzt selber für dich beantworten. Was sagen da die meisten? Wenn du hörst, Männlichkeit, Tier. Gorilla, Löwe. Löwe ist das, was man am meisten hört. Und ist Löwe wirklich vom Bild her, wenn du mal einfach die ganzen Charaktereigenschaften von einem Löwen aufzeichnest, aufschreibst, wirklich männlich? Also was macht denn ein Löwe? Ein Löwe, der bekämpft nicht andere Löwen, um zu essen. Der reißt die Kranken, die Alten oder die Jungen der Zellen auf, also auch ein schwächeres Tier, die sich nicht wehren können, die nicht so schnell wegrennen können. Von denen die Schwächsten, ist das jetzt irgendwie am ehrenhaftesten? Es ist ein Raubtier, es raubt. Ist das jetzt ehrenhaft, dass man andere beraubt? Warum ist nicht das männlichste Tier, wenn du an Männlichkeit denkst, vielleicht nicht der Elefant? Ein Elefant, der so stark ist, so groß, dass er sich gar nicht Gedanken machen muss, dass er andere irgendwie, dass er Schwache kaputt machen muss. Oder dass er, also ein Elefant, der ist Blätter vom Baum. Der ist so in sich, der ruht so sehr in sich, in seiner Stärke, dass er ganz entspannt sein kann. Der braucht nicht kämpfen, um seine Position zu bewahren, weil er sich seiner Stärke schon längst bewusst ist. Und das ist doch ein Blickwinkel, den wir uns vielleicht auch echt zu Gemüte führen dürfen, wenn wir denken, dass es mentales Kung-Fu, Schlagfertigkeit braucht, um Situationen zu meistern. Situationen des Flirts, Situationen der Abweisung, Situationen des Mobbings. Brauchen wir all das oder ruhen wir schon längst in unserer Stärke und lassen das wirklich, wirklich an uns abprallen, weil wir derjenige sind, der das nicht braucht. Der darüber sogar lachen kann und sogar zu dem Witz noch einen draufsetzt. Nicht, indem du dich selber noch mehr fertig machst und er sagt, na du Brillenschlange und dass du sagst, ja, ich bin ja halt echt ein Streber, bin halt ein Loser. Nö, das ist nicht witzig, aber wenn du das, was er sagt, erst mal abnickst und lächelst und es einfach okay findest und vielleicht sogar sagst, cooler Spruch, Alter, das ist jetzt nicht besonders schlagfertig, aber es zeigt, dass du in Kontrolle bist. Es zeigt, dass du derjenige bist, der hier beurteilt, was jeder sagt, ob es gut oder schlecht ist. Du hast quasi ihm die Erlaubnis gegeben und hast ihm gesagt, cooler Spruch, Alter, ist auch ein bisschen Ironie mit dabei, wodurch das, egal was er gesagt hat, nicht mehr so eindrucksvoll ist, wie deine Reaktion darauf. Oder noch besser, cool, Alter. Du gibst ihm sogar einen Klaps auf den Rücken, was natürlich man üblicherweise versteht als Zeichen der Freundschaft, aber auch ein bisschen, was man zu einem Kind macht, dass gerade irgendwie auf die Schnauze gefallen ist. Hey, wird schon. Alles gut. Aber der Klaps auf die Schulter, so gut gemacht. Genau, gut gemacht. Das zeigt, du bist schon in der Rolle der Stärke. Und dafür sind wir heute gemeinsam hier, damit wir das kurz demonstrieren konnten. Perfekt. Dafür hat sich's schon gelohnt. Dafür hat sich die Hochzeit gelohnt. Und das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir sind dann so gekränkt in den Momenten. Wir wollen unbedingt richtig reagieren und wir wollen nicht Gesicht verlieren. Das heißt, wir wollen so viele Sachen nicht haben und gleichzeitig wollen wir bestimmte Sachen haben. Wir wollen Respekt, wir wollen Anerkennung, wir wollen Anziehung aufbauen. Und wir wollen aber nicht auf die Schnauze fallen, wir wollen keine Fehler machen. Wir wollen zu viele Sachen gleichzeitig. Und weil wir zu viele Sachen gleichzeitig wollen, machen wir gar nichts. Paradox of Choice. Wir sind einfach gelähmt. Ich hab nicht den Anspruch an dich, dass du so viele Sachen gleichzeitig willst. Sag dir einfach, wenn was schief geht, lächerlich. Wenn was schief geht, zuck ich mir den Achseln, lach darüber. Und gib dem anderen vielleicht sogar einen Klaps auf den Rücken, ein Kompliment, cool Alter. Das bringt dich so viel weiter, nicht nur in der Situation, weil es attraktiver ist für die Außenstehenden, sondern auch für dich selber, für dein Gemüt. Weil du gehst aus der Situation raus und du frisst das nicht in dich hinein für die nächsten Stunden, für den restlichen Tag, vielleicht sogar für den Rest der Woche, wo du dann so schlecht gelaunt bist und denkst, immer ich und die hauen immer nur auf mich ein. Sondern im Gegenteil, du hast die Situation gemeistert, weil du der Meister bist. Und die nächste Person, die kommt, nimmt dich schon ganz positiv, viel positiver wahr. So wie beim Lukas, wenn die Frau nichts auf dem Date erscheint, dann geht er auf eine andere Frau zu, zeigt, dass er so locker ist und die Frau ist total erstaunt davon, wie locker er ist und findet das eben attraktiv. Ja, dafür müssen wir unser Ego beiseite legen. Weil das Ego ist das, was dir sagt, nein, das sind zwar schöne Ansprüche, aber nein, das gehört sich nicht. Ich muss das klarstellen. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Da muss ich wieder irgendwie das Equilibrium herstellen und Respekt ist mir wichtig. Das ist ein Wert, der ist mir wichtig. Respekt ist mir wichtig. Und dann belaberst du dich selber mit diesem... Ich bin so jemand, dem Respekt wichtig ist. Unsinn. Ich bin ja so jemand, der... Unsinn. Ja, das spürst du doch vielleicht auch selber. Damit baust du dir doch ein Gefängnis auf. Also einfach ein mentales Gefängnis, dass du dich so und so verhalten musst. Also gerade auch die Aussage von, das gehört sich nicht. Wer sagt das? So, mach doch deine eigenen Regeln. Wir sagen jetzt natürlich nicht irgendwie, brich Gesetze oder was auch immer. Aber es gibt einfach so diese Respektsgesetze in Anführungszeichen, denen du dich einfach unterordnest, weil das immer schon gemacht worden ist. Seit Generationen sind wir in diesem Dorf, deswegen darf ich jetzt auch nicht wegziehen und so weiter. Das sind ja alles solche Geschichten. Da hast du ja auch vor kurzem noch eine Geschichte davon erzählt, wie ein Kumpel von dir einfach ganz normal in seinem Dorf bleibt und da immer einfach wohnt, weil alle da schon gewohnt haben. Und wir sind einfach so irgendwie, wir haben diese Mauern in unserem Kopf, diese Gefängnisstäbe in unserem Kopf, dass wir nur so und so und so verhalten dürfen. Und wenn sich jemand halt da nicht so verhält, dann müssen wir irgendwie entsprechend krass reagieren, dann müssen wir ausrasten. Und das ist Projektion, weil wir rasten aus oder wir fühlen uns getriggert dann an dieser Stelle, weil diese Person sich etwas rausnimmt, was wir nicht dürfen. Weil wir sind ja in einem Gefängnis, das wir uns halt aufgebaut haben, damit jemand uns sagt, oh du hast dir ein richtig tolles Gefängnis aufgebaut, ich bin richtig stolz auf dich. Meistens unser Vater. Egal, ob du mit ihm zu tun hast oder nicht zu tun hast oder irgendwie wie das Verhältnis mit deinem Vater ist, es ist meistens darauf zurückzuführen, dass wir eigentlich nur wollen, dass unser Vater uns sagt, er ist stolz auf uns. Und wenn wir halt auf das angewiesen sind, auf diese Bestätigung von außen, egal wer es ist, Vater, Vater, Figur, was auch immer, und dann bauen wir uns halt entsprechend ein Gefängnis, was halt so ähnlich aussieht wie seins, damit er sagen kann, hast du gut gemacht. Aber das sind halt nicht wir selber. Wir wollen dann vielleicht kein Gefängnis haben. Wir wollen halt vielleicht frei sein. Und das fängt halt damit an, indem wir sagen, was will ich eigentlich? Welche Werte sind mir denn wirklich wichtig? Und das ist aber auch nicht so ein besonders, also so ein bewusster Prozess erstmal, die Werte herauszufinden. Du findest heraus, was deine Werte sind, wenn jemand sie überschreitet und du dich dafür getriggert fühlst. Aber du musst jetzt nicht unbedingt wissen, so, ja, Ehrlichkeit, Respekt und so weiter. Das ist mir jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Weil natürlich, also das sind natürlich einfach so gegebene Dinge, die wir einfach verlangen von jemandem, mit dem wir irgendwie eine Freundschaft oder in irgendeiner Weise Beziehung eingehen, dass diese Person auch ehrlich zu uns ist und halt nicht irgendwie uns irgendeinen Quatsch erzählen und morgen einen anderen Quatsch erzählt. Das müssen wir nicht unbedingt verteidigen. Aber wenn wir das fühlen, dass wir das irgendwie verteidigen müssen, den Respekt und so weiter, dann ist das eigentlich eine Projektion. Dann nimmt sich jemand anderes etwas heraus, in seiner Freiheit, was wir auch wollen, aber da wir ja so angewiesen sind auf die Bestätigung von jemand anderem und in unserem Gefängnis sind, müssen wir damit reagieren, also müssen wir den anderen halt in irgendeiner Weise schlechter dastehen lassen, in unserer Sicht. Weil sonst würden wir, müssten wir uns ja anschauen, wo unsere Unzulänglichkeiten sind. Und das tut weh. Und diese Fähigkeit, diesen Mut, den haben leider, leider nicht die meisten. Die Fähigkeit zu sagen, okay, das, was mich gerade stört hier eigentlich, das ist in mir und irgendwie will ich das vielleicht auch, aber ich traue mich, das gar nicht öffentlich zu sagen. Ich traue mich, das nicht immer mir selber zu sagen. Weil die Frage ist, die wir uns da stellen dürfen, ist, was habe ich Angst zu verlieren? Wovor habe ich Angst? Was habe ich Angst zu verlieren? Vielleicht das Ansehen meiner Eltern, den Status und so weiter, den Status, den ich mir im Außen aufgebaut habe. Vielleicht habe ich dann irgendwie Angst, meinen Freundeskreis zu verlieren, meine Partnerin zu verlieren und so weiter, wenn ich ihr sage, was ich eigentlich will. und deswegen bin ich lieber unglücklich in meiner Beziehung. So denken ja viele Männer leider. Ich bin lieber unglücklich in meiner Beziehung, als das zu sagen, was ich eigentlich will, weil sonst stehe ich ja wieder alleine da. Und das führt nur dazu, dass beide unglücklich sind und die Partnerschaft sowieso doof ist. Das heißt, im Umkehrschluss ist es für alle besser, wenn es dir gut geht, tatsächlich. Wenn du nach deinen Bedürfnissen handelst, wenn du nach deiner Freiheit handelst, weil dann ziehst du auch gleichzeitig die richtigen Leute an und so weiter. Ich habe, glaube ich, ganz viele Zwischenschritte ausgelassen, um dem Verständnis dahinterher zu kommen. Aber das ist eben genau das Ding. Also die große Message dahinter, hinter dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, du bist die wichtigste Person im Universum. Und wenn es dir gut geht, geht es allen anderen Personen um dich herum auch gut. Wenn es dir gut geht und du nach deiner Freiheit lebst, und das wissen wir einfach von Menschen, die nach ihrer Freiheit leben, die sind glücklich und die sind automatisch, jemand, der glücklich ist, schreitet nicht in die Freiheit des anderen ein und versucht sie zu kappen, sondern er ist völlig okay damit, dass der andere seine Freiheit auch ausdrückt und so weiter und wünscht ihm damit viel Spaß. Aber wenn wir, weil das ja der Gedanke ist, wenn ich meine Freiheit auslebe, dann beschneide ich ja die Freiheit des anderen. Das ist halt nicht so. Das ist halt der Gedanke von jemandem, der halt in einem Gefängnis ist. Und wenn es dir gut geht und dein höchstes Gut ist, dass du deine Freiheit auslebst, ohne dass du halt irgendwie jemand anderem damit schaden möchtest, dann sprichst du auch deine Bedürfnisse aus. Das heißt, in einer Beziehung kannst du dann auch in der Beziehung aussprechen, was deine Bedürfnisse sind. Das heißt, deine Partnerin kann sich anpassen oder du findest eine neue Partnerin. Und das heißt, diese neue Partnerin zum Beispiel, die ist damit völlig okay, wie du deine Bedürfnisse leben möchtest, wie du dein Leben leben möchtest. Und ihr seid beide ein bisschen glücklicher. Das heißt, ihr seid glücklicher auf der Arbeit. Das heißt, wenn ihr glücklicher auf der Arbeit seid, produziert ihr ein besseres Produkt. Das heißt, die Kunden, die dieses Produkt konsumieren, sind glücklich. Und weil die Kunden das Produkt konsumiert haben und glücklich sind, die sind in Kommunikation mit anderen Menschen. Das heißt, die sind dann halt auch nicht angespannt in diesen Kommunikationen, in diesen Situationen. Das heißt, es geht dann einfach viel, viel mehr Menschen besser, wenn es dir gut geht. Wenn es dir aber nicht gut geht, wenn du dich zurückhältst und dich selber einsperrst, dann fühlst du dich von allem und jedem angegriffen. Du hast das Gefühl, dass du dich verteidigen musst, weil du im Überlebensmodus bist, weil du glaubst, alle anderen nehmen dir was weg, weil du im Mangel bist, weil du nicht in der emotionalen Unabhängigkeit bist. Und weil du das Gefühl hast, dass das andere dir was wegnehmen wollen, bist du die ganze Zeit irgendwie aggressiv, gereizt, genervt, nimmst alles als Angriff auf dich selber wahr. Jemand nimmt dir die Vorfahrt weg, was ein Arschloch und so weiter. Aber das ist alles dann in dir, was du weiter mit rumträgst und dann gehst du in den nächsten Laden und kaufst dir ein Brötchen und dann meckerst du die Bäckerei-Fachverkäuferin an, warum sie denn so lange braucht und so weiter. Oder du schaust dir nicht mal an, weil du dich so unwohl in deiner eigenen Haut fühlst, weil du weißt, dass du eigentlich souveräner mit Situationen umgehen solltest, weil du eigentlich weißt, eigentlich müsste ich das doch können. Ich müsste locker sein. Ich müsste flirten können. Ich sollte nicht so angespannt sein und so verkopft. Und weil ich es nicht bin, schäme ich mich, bin noch mehr verkopft, gucke nach unten und schaue kaum die Bäckerei-Fachverkäuferin an, während ich mit ihr rede. Und wir sind da in der Scham drin. Das ist alles Ego. Das ist alles genau dieser Druck, weil wir oftmals versuchen, nach irgendeinem Standard zu leben, wie gerade schon gesagt. Und es muss doch so und so jetzt sein. Das muss genauso sein, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Diese Hochzeit muss genauso sein, wie ich mir das vorgestellt habe, dass der Standesbeamte jetzt nicht da ist, ist die größte Katastrophe und so weiter. Nee, prozessorientiert denken. Sie reden ja immer wieder davon. Wenn irgendwas schief geht, dann ist das keine Floskel. Wir leben danach. Wenn was schief geht, dann ist das für dich die Gelegenheit, zu lernen oder zu lachen. Immer. Punkt. Schluss aus. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn was schief geht, lachen oder lernen oder beides. Und damit bist du dann auch nicht so gefangen in diesem Oh nein, ich muss so perfekt sein. Ich mache ständig Fehler. Nee, weil du siehst das Ganze als Zeitleiste, auf der du dich immer weiterentwickelst, auf der du immer besser wirst. Und die Dinge, die dir schief gehen, die sind learning by doing. Die sind trial by error. Du lernst und lernst und lernst und lernst und wirst immer souveräner, immer souveräner, immer souveräner. Klar gehen Sachen auch immer wieder schief, die du vielleicht schon können solltest, aber dann hast du die Lektion vielleicht einfach noch nicht hart genug gelernt. Okay, dann müssen wir sie nochmal lernen. Kein Problem. Dann lernen wir sie nochmal. Dann bist du dir dessen bewusst und du lernst immer dazu. Und wenn die Frau kein Interesse an dir hat, gar kein Problem. Was kann ich daran verbessern? Wie kann ich darüber lachen? Und beim nächsten Mal wird es immer besser. Schritt für Schritt, kleine Schritte. Kleine Schritte machen den ganzen Unterschied. Die meisten Menschen machen genau das falsch. Sie denken, okay, ich bin hier, ich will nach da. Da hat die Jockey gerade auch vor ein paar Tagen eine Analogie gemacht. Sie hat mir ein Kompliment gemacht. Sie hat gesagt, du bist so selbstbewusst und manchmal wünsche ich mir das auch. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin nicht so selbstbewusst. Ich sage dir, wieso ich so selbstbewusst erscheine. Es liegt daran, dass ich gut darin bin, komplexe Details im Großen und Ganzen wahrzunehmen. Deswegen kann ich Systeme bauen. Deswegen bin ich auch als Coach, meine ich zu behaupten, sehr gut, weil das sagen auch die Kunden, weil ich erkenne, ah, hier sind Probleme, hier sind Herausforderungen. Das ist deine Persönlichkeit. So können wir mit dir arbeiten. Das und das sind aber auch die Lektionen, die du mit der Zeit lernen musst. Das können wir nicht sofort von dir verlangen. Das kommt mit der Zeit. Das heißt, du brauchst Erfolgserlebnisse, Stück für Stück für Stück. Alles klar, wir machen eine Wochenstruktur. So sieht die Flirtmasterclass aus. Bam, 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 bam. Und es wird auch stetig verbessert. Diese Strukturen, die sehe ich gut. Und weil ich sie gut sehe, sehe ich Zusammenhänge, wie zum Beispiel, okay, die meisten Menschen, die sich irgendwelche Ziele setzen, geben zu früh auf. Problem Nummer eins. Alles klar, was muss ich machen, um mein Ziel zu erreichen? Ich darf einfach nicht aufgeben. Das ist ja easy. Einfach weitermachen, auch wenn es ständig schief geht. Okay, das kann ich schon mal erledigen. Was noch? Okay, man braucht ein bisschen Talent, aber man braucht auch harte Arbeit. Okay, alles klar. Bisschen Talent, ja, okay, harte Arbeit. Das ist einfach weitermachen. Okay, super. Was noch? Okay, der Markt. Ich schaue mir den Markt an. So und so, es gibt Mitbewerber, es gibt Konkurrenten. Alles klar, wie viele gibt es, die dasselbe machen wie du? Wie viele gibt es, die das gut machen? Wie viele gibt es, von denen du was lernen kannst? Und so weiter und so fort. Wie lange hat das bei denen gedauert? Und ich vergleiche und sehe diese ganzen Daten und vergleiche einfach mal so diese ganzen Daten untereinander. Und dann sehe ich ein Konstrukt und denke mir, ja, also die Chancen, dass wir erfolgreich sind, sind extrem hoch. Einfach die Grundregeln beachten. Und dann passt das auch. Und dann sage ich das eben auch der Jacky, wenn sie ihre Musik, wenn sie an ihren Fähigkeiten als Künstlerin zweifelt, dann sage ich, du brauchst null, brauchst du daran zu zweifeln. Offensichtlich wird das doch klappen. Offensichtlich, mit jedem Song, den du raushaust, mit jedem Album, das du raushaust, wirst du immer besser. Die ganzen Konzerte, die du gibst, wirst du immer besser, immer besser. Du kannst einfach genauso weitermachen. Du hast schon einen Ohrwurmfaktor, den hast du, mega. Du bist hübsch, ist auch nicht schlecht in der Musikindustrie. Du kannst singen, sehr gut. Und du weißt, was Arbeiten ist. Du gibst nicht so schnell auf. Einfach weitermachen. Ich habe kein Selbstbewusstsein für dich. Ich sehe einfach die Fakten und denke mir, logisch. Logisch. Da ist doch A und B und C, zähle ich zusammen, ist doch klar. Und das hat sie dann auch mir gesagt, als sie das wiederholt hat. Sie hat gesagt, das finde ich krass, weil für sie ist das anscheinend manchmal so, sie steht hier und sieht das Ziel da ganz weit hinten und denkt sich dann, oh Mann, das ist so weit weg. Und dann ich gehe einen Schritt, ah nee, das war vielleicht nicht der richtige Schritt, wieder zurück. Ah, okay, aber wie komme ich da ganz weit vorne hin? Das ist so weit weg. Okay, probiere ich das jetzt? Aber irgendwie fühlt sich das, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Oh Mann, klappt das hier überhaupt? Und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück oder ich bleibe da stehen, aber denke mir immer noch so, war das jetzt richtig? Und bei mir ist das eben anders. Und dann hat sie mir gesagt, wenn du dein Ziel ganz da vorne siehst, dann sagst du einfach so, alles klar, da muss ich hin. Schritt eins. So, hat geklappt. Sehr gut, sehe ich noch die Landkarte. Ja, die sieht richtig aus. Alles klar, weiter geht's. Schritt zwei. Passt. Schritt drei. Und du gehst einfach stetig dahin und deswegen erreichst du auch so viele Ziele. Und ich möchte dir einfach diese Perspektive mitgeben, weil mehr ist es nicht. Es ist einfach eine langfristige Perspektive, prozessorientiert. Dieses in den Details verlieren, das hält dich sowas von zurück. Wenn was schief geht, lachen oder lernen oder beides. Und du wirst so viel mehr Erfolg haben bei Frauen, in der Liebe, im Beruf, überall. Und diese Werte, die wir vorhin besprochen haben, wenn du dann sagst, ja okay, aber jemand hat mich beleidigt, hat mich Vierauge genannt oder so und das gehört sich nicht und Respekt ist mir wichtig und das ist mir wichtig und die ist mir wichtig oder die Frau hat mir nicht mehr geantwortet. Ich habe ihr dreimal geschrieben und sie hat mir nicht mehr geantwortet und jetzt werde ich geghostet. Das gehört sich nicht. Ich will einfach Klarheit. Ich will ihr jetzt nochmal eine lange Nachricht schreiben und ich will wissen, warum sie das gemacht hat und dass ich das nicht in Ordnung finde. Du verlierst dich in den Details und deswegen bist du frustriert und dann wird aus dem Frust irgendwann Hass und hat kein gutes Ende. Hat kein gutes Ende. Alles gut, alles entspannt. Sie hat ihre eigenen Probleme. Warum antwortet sie nicht mehr, oh vielleicht, weil sie Schiss hat. Okay, well dann solltest du keinen Schiss haben, um es vorzuleben, wie man es richtig macht. vielleicht wurde ihr nicht beigebracht, dass man einen gewissen respektablen Umgang beim Schreiben an den Tag legen sollte. Okay, alles klar, aber dann ist nicht dein Job, es ihr beizubringen aus Frustration, dann ist es dein Job, es einfach besser vorzuleben. Für dich selber, für die nächste Generation, einfach vorleben. Das ist die goldene Regel. Verhalte dich so, wie du möchtest, dass andere sich bei dir verhalten. Und wenn dich das halt stört, dieses, dass sie dich geghostet hat, also alleine, dass es halt in deiner Wahrnehmung ist, ist erstmal schon interessant, weil, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wüsste nicht, wann eine Frau mich geghostet hat. Es gab bestimmt Frauen jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder, die mal dann nicht geantwortet haben, aber das ist mir nicht aufgefallen. Exakt. Es passiert, es passiert, es passiert immer wieder, aber es ist halt so, und dann fällt es gar nicht auf. Genau. Irrelevant. Du machst halt andere Sachen. so, und, und, dass sie dich geghostet hat, ist halt für dich halt nur ein Problem, weil du das Ziel im Auge hast, und nicht den falschen Schritt gehen möchtest, auf das, auf das Ziel zu, und weil du, weil dir halt dieses Ziel so wichtig ist, diese eine Frau ist dir so wichtig, oder vielleicht generell nicht mehr alleine sein, ist dir so wichtig, und dann ist halt einfach, irgendeine Frau ist gut genug dafür, und weil dir halt diese Wichtigkeit da drin so wichtig ist, ist es halt für dich ein Schlag in die Magengrube, wenn sie dir nicht antwortet, weil das ist halt wichtig für den nächsten Schritt, damit du halt sie wieder siehst oder so, und deswegen ist das halt so schmerzhaft für dich, und diese, das geghostet werden per se, also wenn dir das halt nicht mehr, du merkst, dass dir das nicht mehr auffällt, so, weil, aber merken wir, dass uns das nicht mehr auffällt, wenn du einfach so viel Spaß in deinem Leben hast, wenn du so viel einfach, nicht unbedingt einfach faktisch Dinge zu tun hast, also den Kalender voll hast, weil das ist der erste Gedanke, den wir oft haben, ich muss mir einfach Kalender voll packen, dann habe ich keine Zeit mehr für die Frauen, und dann bin ich halt ganz wertvoll, weil meine Zeit rar ist, kann funktionieren, klar, aber das ist nicht unbedingt damit gemeint, weil das ist halt alles im Außen, wenn du aber so sehr in dir selber ruhst, dass du sagst, ja okay, sie hat halt ihr eigenes Ding, zu machen, ach guck mal, sie hat mir jetzt noch gar nicht zurückgeschrieben, ich frag da mal kurz nach, alles gut, aber ich frag da halt nicht nach, mit einem passiv-aggressiven Fragezeichen, oder mit einem, jetzt werde ich aber mal hier die Leviten lesen, und sagen, dass das so nicht geht, weil damit verstärkst du einfach nur deine, dein Leid, und wenn sie nicht antwortet, dann, okay, alles klar, sie hat auf mein Allesgut nicht geantwortet, dann braucht sie anscheinend gerade Raum, okay, dann gebe ich ihr Raum, Verführung ist nicht, wie kriege ich sie rum, Verführung bedeutet nicht, dass du die richtigen Knöpfe drückst, um verführen zu können, sollte dein Grundverständnis davon, was Verführung eigentlich ist, viel mehr simplifiziert werden, und zwar auf die Bedürfnisse der Frau projiziert, was braucht sie denn, um verführt zu werden, ich habe das schon mal gesagt, eine der Fragen, die ich von Sven, also mein Businesspartner, die er mal gesagt hat, wo er gesagt hat, diese Frage stelle ich einfach der Frau, finde ich genial, und zwar, wie möchtest du eigentlich verführt werden, stell diese Frage doch einer Frau, die du attraktiv findest, der du auf dem Date bist, oder mit der du gerade schreibst, nicht vielleicht die Arbeitskollegin, mit der du jetzt gerade versuchst, irgendein Projekt auf der Arbeit zu bewerkstelligen, sondern eben in einem romantischen Kontext, so, in einem Date-Kontext, in einem Flirt-Kontext, wie möchtest du eigentlich verführt werden, tolle Frage, die Voraussetzung für diese Frage, um nicht auf diese Frage überhaupt zu kommen, ist ein Verständnis dafür, dass es wichtig ist, wie sie verführt werden möchte, weil wenn du sie verführst auf eine Weise, die sie nicht will, indem du zum Beispiel glaubst, okay, Status ist wichtig, Prunk ist wichtig, ich muss viel Geld haben oder sonst was, dann gehst du davon aus, dass diese Frau Status, Geld und so weiter braucht, um verführt zu werden. Und wenn du davon ausgehst, dann wirst du auch nur diese Frauen anziehen, die das brauchen. Und dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du nur an Golddigger ankommst, weil das sind eben auch diejenigen, die du targetiert hast. Selber schuld, mein Lieber. Das machen wir nicht. Wir machen was anderes. Wir wissen, alles klar, wir möchten selber ein entspanntes, tolles Leben haben, wo wir auch Ziele erreichen und wir möchten gerne Frauen in unserer Nähe haben, die entspannt sind, die ebenfalls mit uns gemeinsam wachsen wollen, die das Leben als Abenteuer, als Reise und als Spaß auch ansehen. Und was diese Frauen brauchen, wenn du sie fragst, wenn du mehr und mehr dieser Frauen kennenlernst, ist, diese Frauen brauchen nicht Druck. Diese Frauen brauchen Platz, die brauchen Raum, um sich zu entfalten. Die brauchen ihren eigenen Raum, in dem sie aufblühen können. Und wenn du derjenige bist, der ihnen diesen Raum baut, der ihnen diesen Raum ermöglicht, dann fühlen die sich so wohl bei dir. Und das ist zum Beispiel, wenn du schreibst, alles gut, und sie antwortet nicht, dann antworte ich auch nicht mehr. Ich schreibe dann nicht nochmal. Alles klar, sie braucht Raum. Da hast du deinen Raum. Aber halt nicht mit einem, ja okay, dann antworte ich halt auch nicht mehr. Das ist nicht die Energie, die du hast. Ah, okay. Das brauchst du anscheinend. Gar kein Problem, gebe ich dir. Oder wenn ich zum Kuss ansetze beim Date und die Frau ist verwirrt, ist irgendwie, oh, nee, fühlt sich noch nicht so wohl damit. Oh, kein Problem. Dann bin ich nicht sauer. Ah, sie braucht gerade noch einen Raum. Gar kein Problem. Dann wechsle ich das Thema, gehe auf was Leichtherziges ein. Es ist auch nicht unangenehm für dich. Also du entscheidest dich ganz bewusst dafür. Ah ja, gut. Dann haben wir uns jetzt halt gerade nicht geküsst. Das ist nicht ein, oh, ich hab's versaut. Oder, oh, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss mich schlecht fühlen. Das war bestimmt richtig peinlich, weil ich ihre Signale nicht richtig gelesen hab. Nee, entspannt. Und ein, 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 oh, damit fühle ich mich jetzt gerade nicht so wohl, heißt nicht, ich fühle mich bei dir nicht wohl, weil du ein Creep bist. Nö. Es heißt einfach nur, oh, damit fühle ich mich jetzt gerade nicht so wohl. Das ist eine Momentaufnahme. Genau. Was, zur Verführung gehören zwei. Wenn du das Ganze jetzt entspannt und angenehm gestaltest und sie fühlt sich wohl bei dir und fühlt sich vielleicht mit der Zeit weniger nervös oder weniger unter Druck gesetzt, dann kann sie sich auch mehr fallen lassen. Und wenn du dann nach einer weiteren Stunde nochmal zum Kuss ansetzt, dann sind die Grundvoraussetzungen komplett andere. und dann sind die Chancen viel höher, dass sie dann halt auch mitmacht. Aber dazu müssen wir echt den Schritt zurücknehmen und sagen, alles klar, ich muss hier nicht irgendwie sie rumkriegen, irgendwelche Sachen, irgendwelche Tricks ansetzen, sondern ich muss verstehen, was Frauen brauchen, um verführt zu werden und dann gebe ich das eben Frauen. Und das zeigt sich von vorne bis hinten in allem, was du in der Interaktion schon an den Tag legst. Und daher kommt auch mein Einbettungssatz, den du in meinem TEDx Talk vielleicht gesehen hast, da jetzt endlich sieht man auch mal das X hier hinter uns, weil wir zu zweit sind und ich nicht die ganze Zeit in meinem Oberkörper davor sitze. Genau, wenn du auf YouTube nach TEDx, TEDx Andy Friday suchst, dann kannst du dir dort mal meinen TEDx Talk anschauen, wo ich erzähle, wie ich auf diesen Einbettungssatz gekommen bin, der, um tiefe Gespräche zu initiieren, genau diese Philosophie beinhaltet. Nämlich, okay, ich möchte sie nicht dazu zwingen, jetzt irgendwelche intimen Details von sich preiszugeben, sondern möchte ihr die Möglichkeit geben, mit mir ein tiefgründiges Gespräch zu beginnen, auch schon nach zwei Minuten. Easy, easy peasy, nach zwei Minuten im Gespräch, gar kein Problem. Komplett fremde Person, kannst du nach zwei Minuten die intimsten Sachen fragen, wenn du dabei beachtest, dass sie sich wahrscheinlich nicht so wohl fühlt, mit einem Fremden direkt in die Tiefe zu gehen. Also, wettest du das Ganze ein und du sagst, du, ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen, aber du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Damit gebe ich Raum. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Alles gut, ganz entspannt. Und dann erzähle ich wieder von meinen Bedürfnissen, warum ich das gerne mache, warum mir das persönlich gefällt, aber das muss bei dir nicht der Fall sein. Es ist total okay, wenn es bei dir nicht der Fall ist. Und weil du ihr jetzt zwei Sachen gezeigt hast, nämlich, dass du weißt, was du willst, dass du zu deinen Bedürfnissen stehst, die du hast und du hast und du hast ihr den Raum gegeben, in dem sie sich mit dir frei entfalten kann, gehen super viele Frauen mit. Du gibst ihr sogar noch die Zeit, sich damit zu beschäftigen, dass sie sich gleich dafür öffnen kann. Ja. Anstatt, also weil du halt so viel einbettest davor und von dir nochmal erzählst. Das ist halt dann nicht so Pistole auf die Brust, sondern so, ah okay, ich muss jetzt, ich kann ihm zuhören, ich kann von ihm ein bisschen erfahren, er öffnet sich zuerst, okay, dann kann ich mich auch öffnen. Ja. Das sind Jedi-Tricks. Also ich habe einmal einen anderen Dating-Coach, werde ich nicht beim Namen nennen, im Club getroffen und meine Güte, also der hat halt die Sith-Tricks angewendet. Der hat dann einen Kunden, der gerade mit ihm dabei stand, der hat anscheinend mit dem Kunden die Frau angesprochen und ich stand da gerade auch dabei, habe das gesehen und dann hat er den Kunden fertig gemacht. Der Kunde wollte gerade irgendwas sagen, der wollte gerade sich beteiligen am Gespräch und hat gesagt, ey, pscht, rede gerade und dann hat er weiter mit der Frau geredet. What the fuck? Unfassbar. Okay, ja, du zeigst damit Dominanz, ja, du zeigst damit Führung, aber du zeigst es auf eine gemeine Art und Weise, auf eine unlogische Art und Weise, weil du hast diesen Kerl als deinen Freund vorgestellt, so behandelt man keine Freunde. Wenn du schon deine Freunde so behandelst, wie würdest du dann wohl sie behandeln? Also jede Frau mit ein paar Gehirnzellen würde denken so, nein, danke, Alter. So wirst du mich dann behandeln oder vielleicht sogar noch schlechter, kein Interesse mit dir abzuhängen. Außer die Frau ist halt so unselbstbewusst, dass sie, ja, dass sie Komplexe hat und dann eben auch wie Dreck behandelt werden möchte. Wunderbar, wie gesagt, das, was du anziehst, das bekommst du auch. Wenn du, wenn das dein Ding ist, ja, dann brauchst du nicht wundern, wenn du die ganze Zeit kaputte Beziehungen hast und die einfach nicht funktionieren und hat dieser Typ übrigens ständig nur kaputte Beziehungen oder halt gar keine Beziehungen, dann kannst du keine zehnjährige Beziehung aufbauen, wo du dann auch liebend gerne diese Frau heiratest. Geht einfach nicht. Wo dann auch entsprechend auf der Hochzeit 24 Nationen aus 13 Ländern da sind, die ihr über euer gesamtes Leben lang kennengelernt habt. Ja. Also das ist, das spricht einfach genau bildlich. Genau dafür. Und also ja, also dieses Verhalten von diesem, also dieses von oben herab, das ist ja das, was wir auch oftmals einfach so hören oder annehmen als so, das ist ja so männlich. So das ist halt genauso einfach hier krass die Grenzen setzen und einfach so der krasseste im Raum sein und so weiter. Aber das ist halt extrem kurz gedacht. Das, das fühlt sich vielleicht dann auch richtig mächtig und stark an, wenn du halt von der anderen Ecke kommst, von der, von der schüchternen Ecke. Dann fühlt sich die Überkompensation, Arschloch zu sein, richtig gut an. Aber das ist, also Überkompensation ist einfach Teil der Entwicklung. Das ist okay. Darin hängen zu bleiben ist nicht okay und dieserjenige ist da hängen geblieben und viele Männer bleiben da halt auch hängen und diese, das ist halt, das fühlt sich halt so mächtig an, aber das ist einfach schwach. Das ist komplett dargelegte Schwäche, weil du halt damit zeigst zusätzlich, ich kümmere mich um andere nicht. Ich bin nicht für andere da. Ich bin nicht liebens, äh, liebens, liebegebend. so, ähm, und damit auch nicht liebenswert tatsächlich, weil ich denke, so jeder andere ist halt, ist halt meine Konkurrenz und das erinnert mich halt auch dann damals dran, als ich so meine ersten, ersten Gehversuche hatte, Mädels anzusprechen im Club und so weiter und, ähm, dann einfach so eine Gruppe von Frauen angesprochen hab, so, dann waren irgendwie im Club so zwei, drei Mädels und so weiter und ich hab dann die angesprochen, ein bisschen mit denen geflirtet und mich dann immer mehr auf die eine konzentriert, dann sind die zwei Mädels die anderen weggegangen und dann war in meinem Kopf, hoffentlich kommt jetzt kein anderer Typ vorbei und was ist dann passiert? Immer kam halt ein anderer Typ vorbei und hat sie mir weggenommen, also mehrere Punkte, ich hab halt an Besitz gedacht, dass ich sie jetzt besitze und mir etwas weggenommen werden kann, das heißt, da hab ich schon mal gelitten und gedacht so, oh Gott, ich bin ja einfach jetzt das Opfer der Umstände und jemand anderes ist böse und nimmt sie mir weg, nimmt mir mein Besitztum weg, was halt einfach dann Stress ist in diesem Moment und aber im Vorfeld hab ich mir das halt alles schon her manifestiert, indem ich gesagt hab, jetzt kommt bestimmt gleich jemand und ist halt cooler und nimmt sie mir weg, statt halt einfach zu entspannen und einfach, wie wir am Anfang schon gesagt haben, so lachen und lernen und einfach entspannt zu sein in diesem Moment und als ich das dann irgendwann gecheckt hab, kamen natürlich dann noch hier und da mal andere Männer, weniger als vorher, weil ich halt nicht mehr diese Angst ausgestrahlt hab, aber wenn, dann hab ich sie direkt integriert, hab sie vielleicht sogar noch verkuppelt miteinander und so weiter, weil ich halt keinen Besitz hab, nur weil ich sie angesprochen hab, was ist denn das? Und das halt halt magischerweise dann dazu geführt, dass sich halt dann der andere Typ dann oftmals dann entschuldigt hat aus dem Gespräch und uns dann alleingelassen hat. Das, was du willst, gib. Wenn du es gibst, kommt es tausendfach zurück. Es wird nicht immer direkt funktionieren, aber wenn du das Ganze als Prozess siehst, ist es so. Es ist so. Wenn du jetzt an einem Abend sagst, okay, heute Abend werde ich es jetzt probieren, heute Abend werde ich jetzt mal Leuten einfach mal ein Kompliment machen, mal gucken, ob ich ein Kompliment zurückbekomme und du willst es unbedingt, ja, oder du willst irgendwie den Andi beweisen, dass es doch quatsch ist, was er gesagt hat. Klappt's auch nicht, natürlich nicht. Wenn du dem Prozess vertraust und sagst, so, ey, ich bin hier, um zu geben, ich möchte das, was ich will, möchte ich in die Welt setzen, dann kommt es auch zurück. Wenn du einem, ich habe es schon tausendmal gesagt, wenn du einem Pärchen ein Kompliment gibst, dafür, wie mega hübsch die beiden zusammen aussehen, wie süß sie zusammen aussehen, wie die etwas ausstrahlen, was du gerne hättest, dann bist du in der richtigen Energie. Wenn du das kannst, ohne irgendwas zurückzuerwarten, weil es wortwörtlich gibt es für dich da nichts zu gewinnen, an ihr, außer dem schönen Gefühl, zu dir selber gestanden zu haben. Wenn du das geschnallt hast, dann kommt auch diese Energie des Pärchens mehr in dein Leben und du ziehst Frauen an. Gerade das andere Beispiel, da ist ein anderer Mann, der könnte mir die Frau wegschnappen. Das ist eine Angst, die du dann projizierst und dann bist du ganz verkrampft und dann passiert das auch vielleicht eher. Was ist, wenn du genau das Gegenteil denkst? Wie wäre es, wenn du da stehst mit deinem Date oder du bist im Club mit einer Frau und du ziehst das Gegenteil an? Du sagst dir, wie wäre es, wenn jetzt eine Frau kommt, mit der wir zu dritt Spaß haben können? Wie wäre es, wenn wir jetzt die dritte für unser Menage à Trois finden könnten, für unseren Dreier und die uns über den Weg läuft? Wenn du diese Augen hast, dann schaust du auf die Mädels, du sprichst die Mädels vielleicht gemeinsam mit deiner Frau an und ihr kommt ins Gespräch und du hast direkt schon einen ganz anderen Vibe, etwas viel Flirtigeres und sagst, ey, du bist ganz hübsch, weißt du eigentlich, dass du meiner Frau gefällst? Was? Echt? Oh? Das ist sowieso schon mal sexy, wenn ein Mann Unabhängigkeit zeigt und weißt, dass Frauen auch auf andere Frauen stehen und du damit spielerisch umgehst, damit bist du grundsätzlich schon mal tausendmal attraktiver als alle anderen Kerle, die denken, ich will die Frau für mich und das ist alles so, oh mein Gott. Ich war ja selber so, ich war ja selber so. Ich habe die eine Geschichte auch schon mal erzählt, wo die Frau, mit der ich in Los Angeles, als ich dort gewohnt habe, in einer Bar war und dann kam eine andere Frau von uns zu und hat mir gesagt, hier halt mal bitte den Drink und sie wollte mit meiner Freundin aufs Klo gehen, um zu reden oder was auch immer und ich stehe da wie ein Depp und halte den Drink und warte und warte und warte und was machen die, begnügen die sich? Das war in meinem Kopf. Ich stehe hier wie ein Depp und die begnügen sich oder was. Stattdessen hätte ich das Ganze auch spielerisch nehmen können als, oh, selbstverständlich, nehmt euch Zeit. Mega. Und ich hätte damit vielleicht etwas in die Wege geleitet, wo wir dann zu dritt nach Hause gehen. Also, da gehört noch mehr Details zu der Geschichte, aber das ist der Unterschied. Wenn du schon davon ausgehst, dass es schief geht, davon ausgehst, dass du etwas zu verlieren hast, dann wirst du es auch verlieren. Wenn du davon ausgehst, dass es noch geiler werden kann, dass du vielleicht sogar einen Dreier haben könntest, dann wird das auch eher passieren. Weil unser Ego weiß halt nicht, was gut passieren kann. Unser Ego denkt halt immer nur, zieht Erfahrungen aus der Vergangenheit und projiziert die dann auf die Zukunft. Und weil du in der Vergangenheit nicht so viel Erfahrung gemacht hast, vielleicht, oder schlimme Erfahrung, denkst du halt, dass die Zukunft genauso sein wird oder dass du niemals erfolgreich sein kannst. Und deswegen ist das halt auch alles gar nicht machbar für dich, was du dir auch immer vorstellst. Aber das ist halt alles eine Illusion. Es kann halt aus alten Denkweisen nichts Neues entstehen. Und wenn du das erstmal gespürt hast, dass du gerade einfach eine Vergangenheit auf die Zukunft oder auf die jetzige Situation projizierst und wie absurd das eigentlich ist, weil die Situation, die du jetzt hast, nicht die Situation von damals ist, kannst du auch ein bisschen mehr oder einfacher loslassen. Und das, was du gerade gesagt hast, eigentlich möchte ich euch und vielleicht möchten wir beide das sogar, dich herausfordern dazu, uns mal das Gegenteil zu beweisen. Geh mal in den Club und verteil mal einfach nur gute Stimmung, gute Laune, völlig selbstlos. Du wirst tatsächlich sofort die Belohnung dafür bekommen. Wir leben in einem solchen Universum, wo du sofort die Belohnung dafür bekommst, wenn du gute Taten vollziehst. Und zwar, also wenn du gibst, wenn du ehrliche Komplimente gibst, ohne etwas zurückzuverlangen. Wenn du gibst, statt zu nehmen. Du wirst sofort die Belohnung bekommen, indem du dich gut fühlst. Weil am Ende des Tages wollen wir doch nur das. Wir wollen uns einfach nur gut fühlen. Wir wollen uns am Ende unseres Lebens, wollen wir auf unser Leben zurückschauen und voller Liebe auf die einzelnen Situationen schon, auf die Menschen, mit denen wir in Kontakt geraten sind, geraten, gekommen sind. Und genau das bekommst du in diesem Moment schon. Und wie du gerade gesagt hast, je mehr du halt zum Beispiel Pärchen ein Kompliment gibst oder auch einfach da nicht dich für selbst, nicht für Eifersucht entscheidest, sondern für Selbstbewusstsein entscheidest, für Selbstliebe und Liebe entscheidest, wenn du halt jemanden siehst, der mit der Frau gerade rumknut, die du eigentlich ganz toll findest und denkst, oh, gut, gut, gut für die beiden, gut, dass sie sich gefunden haben und dich mehr dafür entscheidest, dann wird automatisch mehr davon in dein Leben kommen, also mehr Beziehung, mehr genau die richtigen Frauen in dein Leben kommen, weil du halt nicht mehr das ausstrahlst, dass du sie eigentlich ja gar nicht haben willst. Also weil du halt mit Eifersucht und so weiter und Aggression strahlst du aus, dass das, was dir gerade gegeben wird, nicht gut genug für dich ist, dass du das gar nicht haben möchtest und dann wirst du halt auch weniger bekommen. Aber wenn du dich dankbar dafür entscheidest und das noch weiter verteilst, dann wird halt immer mehr kommen und das ist Unabhängigkeit. Es ist ja nicht nur das, was wir wollen am Ende unseres Tages, glücklicher sein, unabhängig sein, das ist ja auch das, was die Frau will. Und wenn du ihr zeigst, ich lebe es vor und du bist ein Konnoisseur von Schönheit, von, also bei mir sind das Frauen, die sind künstlerisch. Wenn ich eine Frau, wenn ich ihre künstlerische Art wahrnehme, wie auch immer, ihre Gangart, dass sie da sitzt und irgendwas in ihrem Blog malt oder aufschreibt, wenn ich Musikerin zuhöre. Ich liebe diese Seite der Weiblichkeit so sehr, dass ich das ausdrücke. Und dieser Ausdruck ist Faszination, es ist Wertschätzung, es ist Liebe, es ist Verehrung, 100%. Und wenn Frauen das wahrnehmen, dass ich dieses Gefühl so ausstrahle, ohne, dass ich etwas brauche oder will, dann fühlen die sich wohl bei mir. Weil dann denken sie sich, wow, der schätzt ja, der schätzt, der hat was in mir gesehen, voll cool. Es geht wirklich nur darum, dass da anscheinend was ist, weil er sieht es ja. Und dann fühlen sie sich wohl bei dir und wenn sie sich bei dir wohlfühlen, dann sind die Chancen halt tausendmal höher, dass ihr euch auch gemeinsam ineinander verlieben könnt, dass ihr eine Affäre, eine Beziehung, ein One-Night-Stand, was auch immer, aber etwas Tiefgründiges, etwas mit Substanz aufbauen könnt, woran du dich für den Rest deines Lebens dankend zurückerinnerst. Wohingegen du das nicht können würdest, wenn du wie der andere Typ da im Club einfach versuchst, andere fertig zu machen. Oder auf der anderen Seite du ein Mann mit Herz bist, der aber so verkopft ist, dass er die ganze Zeit nur versucht, seine eigenen Fehler zu vermeiden. Nein, Mann, mach mehr Fehler. Fall auf die Schnauze. Mach viel mehr Fehler. Das sind ja auch geile Geschichten, die du am Ende des Tages erzählen kannst. Also ich sag ganz oft gerne so, entweder du hast Erfolg oder du hast eine geile Geschichte zu erzählen. Weil du hast zig Geschichten jetzt schon, hunderte Geschichten aus deinem Leben, wo du jetzt darauf zurückblickst, so die halt ein Fehler waren damals oder wo du versagt hast, wo du jetzt darauf zurückblickst und darüber lachst und sagst so, wie witzig war das eigentlich, dass ich damals den Schlüssel verloren habe und so weiter. Oder dass ich ihr damals diese SMS geschickt habe. Ja, oder auch einfach die Lektion. Ich habe vielleicht auch schon mal erzählt, als wir zwei mal in Osnabrück feiern waren und dann war da ein Mädel, auf das ich total stand und dann hast du irgendwie mit ihr geredet und beziehungsweise ich habe nur kurz mit ihr geredet, aber ich habe nicht mit ihr getanzt oder sowas und dann hast du mit ihr geredet und dann hat es zwischen euch irgendwie gefunkt und dann habt ihr geknutscht und ich war, oh Mann, oh nein, Scheiße, ist genau das passiert, wovor ich Angst hatte. Weil ich sie so unnahbar gesehen habe, anstatt dass ich einfach nur meine Verjährung hätte ausdrücken können, ganz entspannt. Und dann habe ich dir das erzählt und dann hast du gesagt, ja, ich musste nicht mehr nervös sein, weil du warst ja schon für mich nervös. Das ist eine geile Lektion für mich gewesen. Ach, krass. Die Nervosität, die notwendig war, damit ich im Kontrast zur Nervosität entspannt sein kann, die war ja schon da. Aber die muss ich ja nicht fühlen. Die kann ja auch jemand anderes fühlen. Cool. So, dann habe ich angefangen, Nervosität von anderen Menschen mehr wahrzunehmen und das als Katalysator zu nehmen, damit ich entspannter vor den anderen Menschen auf eine Frau zugehen kann. Weil ich weiß, jedes Mal, wenn du eine fremde Frau irgendwo ansprichst, dann denken die anderen Leute, was machen wir? Kennen die sich? Also, die würden sich das ja nicht trauen. Und dann nutze ich das als Feuer. Der traut sich das nicht. Und weil er sich das nicht traut, ist es umso eindrucksvoller, dass ich mich das traue. Also, mit Publikum arbeiten funktioniert wunderbar, wenn du das verstanden hast, dass das etwas ist, was du für deine Psyche ausnutzen kannst. Anyway, für heute erstmal genug hier aus dem Studio. Geh auf www.flirtanalyse.de wenn du möchtest, dass wir dich einmal persönlich begleiten, in deiner eigenen Reise zu erfahren, welcher Flirttyp du bist, welches Charisma-Potenzial du hast, wie du in den nächsten Wochen vielleicht die richtige finden kannst oder in den nächsten Jahren diese richtige dann auch heiraten kannst. Das haben wir bei sehr vielen Männern schon gemacht. Wir haben schon über 800 Männer dabei begleitet, in eine Beziehung. Wir haben mehrere Paare, die geheiratet haben, die jetzt schon Kinder haben, wovon viele hier hinten auch schon zu sehen sind. Noch viel mehr online, wenn du Andy Friday Bewertungen, ja, auch googlest, aber auch Andy Friday Erfahrungen googlest. Dann findest du ganz, ganz viele Storys, wunderschöne Geschichten und wir helfen dir sehr gerne dabei. In diesem kostenlosen Gespräch schauen wir uns erstmal an, wer du bist, welche Stärken du hast, welche Schwächen du hast, was du vielleicht schon längst benutzt und gar nicht bewusst bist, dass es attraktiv ist und das aus dir raus scheint und wir werden das noch mehr aus dir herausbekommen, damit du sehr attraktiv und selbstbewusst wirken kannst vor der Frau, die du magst. Geh auf www.flirtanalyse.de und bis dahin wollen wir hier mal die andere Kamera auch noch nutzen und sagen, fahr vorsichtig. Für die fulfillment für die whoever zu gast Twenty Da die die